Röstke, Brüssel. Seht ihr die Busse? Ja, es sind genau die Busse, für die ihr sie haltet. Die Europäische Union, genauer gesagt. Brüssel bekommt bald diese gelben Busse aus Ungarn geschickt mit allen, die über die Grenze treten wollen, um hier einen Schutzstatus für sich zu beanspruchen. Viktor Orban und Ungarn, sie ziehen durch. Und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ihr habt es gesehen hier, der Minister Bencer Redmari hat hier die gelben Busse vorgestellt, die in Zukunft die Migranten, Asylsuchenden, Flüchtlinge, Wirtschaftsmigranten, all das, was über die Grenze in die Europäische Union strömt und was von den Ungarn aufgehalten wird, aber nicht mehr aufgehalten werden darf, das bekommen sie jetzt mit einem kostenlosen Einzelfahrticket frei Haus nach Brüssel geliefert. Das ist nicht nur eine Klatsche, in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik, wo sie sich ja angeblich alle auf das GEAS, das gemeinsame europäische Asylsystem, geeinigt haben. Federführend von Frau Nancy Faeser. Ist völliger Schwachsinn, ist völliger Humbug. Diese Einigung war schon zum Zeitpunkt, wo man sie getroffen hatte, überholt. 17 der 27 Mitgliedsländer sind für eine Ausweitung, ja, also für eine Verschärfung der gesetzlichen Grundlagen und nicht wie hier, dass man dann über einen Solidaritätsmechanismus aus anderen Ländern Geflüchtete dann auf einmal zugewiesen bekommt. Hier gibt es Viktor Orban, der ganz klar sagt, wenn Brüssel Einwanderer haben will, kann Brüssel sie haben. Und er sagte noch weiter, wir haben sie nie reingelassen. Und damit hat er sich Sympathiepunkte in der gesamten Europäischen Union verschafft. Viele sind schon nach Ungarn ausgewandert, weil sie genau das eben wollen. Dort gibt es, wie in Polen, nicht irgendwie Gruppenvergewaltigung. Das Phänomen existiert in Polen nicht in der Kriminalitätsstatistik. Das findet nicht statt, ja. In Ungarn findet es auch nicht statt, ja. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber jetzt machen sie hier ernst. Es geht nämlich jetzt um die kostenlose Einzelreise nach Brüssel, finanziert dann von den Ungarn, die dieses Geld sich dann aber von der Kommission selbstverständlich wiederholen wollen. Die gelben Busse mit diesem Staatssekretär Bence Redvari. Er ist gar kein Innenminister, verzeiht mir den kleinen Fauxpas am Anfang. Er ist nur Staatssekretär des Innenministers. Er will jetzt illegale Migranten dann in den Bus setzen und dann freiwillig und kostenlos, wie sie immer betonen, diese Reise nach Brüssel anbieten. Die provokanten Vorschläge würden die einen sagen, Migranten ins Herz der EU zu schicken. Es ist nur die Reaktion auf das Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofes von Juni diesen Jahres wegen wiederholter Verstöße gegen das europäische Asylrecht. Und da muss man ja einfach sich nur zu Tode lachen. Wegen wiederholter Verstöße. Wo ist die Verurteilung von Angela Merkel? Ich habe keine gesehen. Sie war es, die die Grenzen geöffnet hatte und damit erst den Zustrom über die österreichisch-deutsche Grenze ermöglicht hatte. Denn sie kamen alle aus einem sicheren Drittstaat und der sichere Drittstaat war ja gar nicht Österreich. Es war ja schon Ungarn. Aber ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Sie sind verurteilt worden zu 200 Millionen Euro Geldstrafe plus einer Million Euro pro Tag. Für jeden Tag, wo sich Ungarn widersetzt, die Knechtschaft aus Brüssel zu akzeptieren. Die Ungarn, sie haben die Schnauze voll. Sie wollen diesen Wahnsinn absolut nicht haben. Und so ist es, dass die innere Sicherheit in Ungarn noch gewährleistet ist. Es herrscht dort noch einigermaßen eine Durchsetzbarkeit eines Rechtsstaates. Auch die Justiz, was da immer kritisiert wurde, muss man sich im Detail damit befassen. Es ist vor allem schwierig, dann immer eine deutsche Arbeitsübersetzung dafür zu bekommen. Im Kern geht es aber um Ruhestandsregelungen von Richtern. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass wir in diesem Lande die Beamtenpensionen abschaffen müssen. Denn sonst wird es uns in die Insolvenz des Landes treiben. Ich habe Projektionen gesehen, Rechnungen gesehen, was uns Pensionen von Beamten kosten bis 2050. Gnade uns Gott. Gnade uns wirklich Gott. Das ist unbezahlbar. Das ist wirklich unbezahlbar. Die leeren Versprechungen, die sie da rausgehauen haben. Und wenn man da ran will, ja, dann geht man eben auch an Richterpensionen zum Beispiel ran. Was meint ihr, wie groß das Geschrei wäre, wenn wir ehemaligen Verfassungsrichtern, zum Beispiel Herrn Papier, irgendwas an seiner Rente umbauen würden? Man würde sofort wieder die Unabhängigkeit der Justiz in Frage gestellt. Wobei in Deutschland die Justiz, sie ist nicht unabhängig. Das hat nicht nur Herr Buschmann schon mal zugegeben. Das haben sie inzwischen alle kapiert. Die deutsche Justiz ist weisungsgebunden. Nicht unbedingt der Richter in seiner Entscheidung, aber sehr wohl die Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaften müssen hier Weisungen erhalten. Es gibt auch teilweise richterliche Anweisungen, aber dann nicht unbedingt für in eine Urteilsverkündung hineinzuwirken. Dann eher so wie bei der Freilassung des Tiergartenmörders, wo am Ende dann auch ein Richter entscheiden musste, dass genug der Strafe bereits abgesessen war. Aber eine unabhängige Justiz in diesem Lande, das wäre dann der Witz zum Sonntag, nicht das Wort zum Sonntag. Wobei heute gibt es den Bus zum Sonntag von Viktor Orban. Und da können wir alle nur einmal einen Gruß senden an die lieben Ungarn, die als einige der wenigen hier standhaft verteidigen, was es zu verteidigen gilt. Wie hat Herr Orban gesagt, er ist halt einfach Staatschef eines christlichen Landes und nicht sonst irgendwas. Das wollen die Leute im Westen aber immer nicht verstehen. Es wird immer nur das Negative gesehen und die Justizreform muss man sich immer im Einzelnen anschauen. Sowohl die polnische, sowohl die ungarische. Aber wir Deutschen sollten mal überhaupt anfangen, eine Justizreform zu machen. Noch mal, unsere Richter werden gewählt von Politikern. Nicht von dir, nicht von mir, sondern vom Richterwahlausschuss. Dem gehören Mitglieder des Bundestages an. Und deswegen werden in Deutschland auch die großen Richterstellen, die gewählt werden, nach Parteiproports verteilt. Ihr könnt ja mal schauen, wie viele der gewählten Richterstellen durch den Richterwahlausschuss von unabhängigen Kandidaten besetzt wurden. Da könnt ihr die Lupe auspacken, könnt ihr mal suchen gehen da unten, könnt ihr mal die Nadel im Heuhaufen suchen gehen. Das findet so gut wie gar nicht statt. Aber sie erzählen uns immer, wir leben im besten Rechtsstaat aller Zeiten. Und ich sage immer, wir leben höchstens im besten Rechtsstaat, den man sich für Geld kaufen kann. Umso teurer der eigene Anwalt, umso besser sind die Erfolgsaussichten. Vor deutschen Gerichten wird nicht Recht gesprochen, sondern ein Vergleich in dessen Richtung erzielt, der sich den besseren Rechtsbeistand leisten konnte. Das trifft es in meinen Augen viel eher. Ich habe schon erfolglos vor Gericht Dinge fest. Das ist völliger Wahnsinn. Von meinen Anzeigen brauchen wir gar nicht reden hier. Bis heute nie was gehört. Vom einen habe ich ein Aktenzeichen, vom anderen nicht. Aber sie wollen nicht und sie meinen, wir würden das nicht kapieren. Aber wir haben es kapiert. Und dann kommen die Grünen um die Ecke und sagen, dann müssen wir halt leider X verbieten. Ja genau, dann müsst ihr X verbieten. Und dann müsst ihr WhatsApp verbieten, Facebook und so weiter. Aber TikTok, wo die ganzen Salafisten-Prediger unterwegs sind und die ganzen Fanatiker, das lasst ihr einfach. Ja, Leute, es ist so peinlich. Es ist einfach so peinlich. Und hier in Ungarn gibt es noch einen Staatspräsidenten, der weiß, von welchem Volk er gewählt wurde, für welchen Auftrag. Der einzige in Europa auf weiter Flur. Gnade uns Gott mit dieser EU. Wir gehen sehenden Abgrundes, wirklich in schwarze, dunkle Zeiten. Aber schreib mir mal einen Kommentar unter dieses Video, damit diese Stimmung nicht so negativ bleibt. Hast du Hoffnung, dass sich die EU auf Viktor Orban besinnt und sie alle seine Politik übernehmen, halte ich für völlig ausgeschlossen. Aber Viktor Orban wird noch eine lange, lange Zeit uns erhalten bleiben. Das halte ich schon für viel realistischer. Schreib mir deine Meinung unbedingt unter dieses Video. Ansonsten abonniere diesen Kanal X und Telegram und vergesse nicht auswandern mit Kopf, meinem neuen Zweitkanal. Mit damit, ciao, bis bald.